Liebe Freunde, ich komme mir vor wie ein kleines Kind vor der Bibel. Ich weiß so wenig. Und wenn Sie wirklich graben in diese Goldmähne hinein, dann werden Sie Gottes Wort lieb gewinnen. Wir wollen Johannes aufschlagen, Kapitel 18, Vers 26. Sah ich Dich nicht im Garten bei ihm? Wenn Ihnen diese Frage gestellt würde, was würden Sie sagen? Ja, ich war bei Jesus. Würden Sie das sagen? Oder würden Sie so antworten, wie der Petrus? Er hat Jesus verleugnet. Er sagte, natürlich nicht. Wissen Sie, Freunde, wir leben zu einer Zeit, wo die Leute sich über Jesus schämen. Wenn jemand Ihnen sagen würde, ich habe Sie doch gesehen bei dieser Party mit diesem Hollywood-Star, was würden Sie sagen? Oder wenn jemand sagen würde, ich habe Sie gesehen bei der Frau Merkel. natürlich, sie hat mich doch zu ihrer Party eingeladen. Aber wenn jemand sagt, ich sah Dich bei Jesus. Dann haben wir das Gefühl, wir müssten uns entschuldigen. Was? Wir müssen uns entschuldigen für Jesus. Es tut mir sehr leid für euch, Leute, dass morgen früh die Sonne im Osten aufgehen wird. Ist das vernünftig? Das ist Unsinn. Ich wäre verrückt, so etwas zu sagen. Oh, ich muss mich entschuldigen. Ich höre, jetzt wird es etwas wärmer in Deutschland. Vor Jahren sagte mir jemand in Hamburg, als ich dort gepredigt habe, Oh, er sagte, wir haben hier viele Probleme hier, Bruder. Oh, wir müssen oft zum Zahnarzt. Wir haben hier so wenig Sonnenschein. Ich denke, unsere Zähne sind auch nicht so gut. Das hat mir jemand gesagt bei Hamburg. Liebe Freunde, Sie wissen, dass der stolze Slogan in der DDR war, Ohne Gott und ohne die Sonne fahren wir die Ernte ein. Als ich das hörte, bei einem meiner Besuche dort, als ich dort gepredigt habe, da sagte ich, was für ein Blödsinn. Was für eine Arroganz. Ohne Sonnenschein kann man gar nichts zum Wachsen bringen. Damit das Getreide reif wird, braucht es die Sonne. Wir leben heute in einer Zeit, wo der Stolz des Menschen einen Höhepunkt erreicht. Und Sie wissen, was dann als nächstes kommt? Gottes Gericht wird kommen. Vor einigen Tagen kam ich durch Belfast durch. Ich hatte in Irland gepredigt. Man sagte, hier wurde die Titanic gebaut. Und sie sagten, die Titanic kann nie sinken. Aber die Titanic ist gesunken auf ihrer Jungfernfahrt. Und ein Seemann wurde gefragt, Ist es möglich, dass die Titanic sinkt? Und er antwortete, Keiner, auch Gott der Allmächtige, kann die Titanic nicht versenken. Meine lieben Freunde, Wir leben heute in einer Zeit, wo sich die Leute über Jesus schämen. Man sagt, wir haben doch alles in unserem Land. Wir haben Autos und Boote. Wir haben alles. Wir brauchen Gott nicht. Ich will Ihnen sagen, liebe Freunde, wenn ich anfange, mit Menschen zu sprechen, dann stelle ich fest, dass sie ein großes Bündel von Problemen sind. Nichts als Tränen. Nichts scheint sie zufriedenzustellen. Und Sie wollen sagen, dass zu einem solchen Zeitpunkt Sie und ich still sein sollen? Nein, gar nicht. Wir haben dich im Garten gesehen. Bei ihm. Nein. Das war sicher ein anderer. Aber doch nicht ich. Der Herr Jesus Christus hatte Petrus schon gewarnt, gesagt, Pass auf, der Hahn wird heute nicht krähen, bevor du mich nicht dreimal verleugnet hast. Er hat Jesus verleugnet. Ich weiß nicht, in wie vielen Situationen manche von Ihnen Jesus verleugnet haben. Ich bin sehr traurig. Einmal. Das war in den Katakomben in Rom. Das war in den Katakomben in Rom. In den Katakomben, wo die frühen Christen und Märtyrer gelebt haben, in diesen Höhlen unterhalb der Erdoberfläche. In Rom und als ich dann als junger Mann vor vielen Jahren dorthin kam, da hat ein Führer unserer Gruppe uns geleitet durch dieses Labyrinth. Er sagt es plötzlich, ich nehme an, Sie sind alle gute Katholiken. Ich war kein Katholik. In diesem Sinn, ich verbeuge mich nicht vor der Hostie. Mein Herr wurde einmal und für alle Zeit gekreuzigt für meine Erlösung. Er wird nicht jedes Mal wieder gekreuzigt, wenn ein Priester die Hostie hochhebt. Aber ich war nicht schnell dabei, das auch zu sagen. Ich habe eine Gelegenheit verpasst. Das war das einzige Mal in meinem Leben. Sehen Sie, Freunde? Ich weiß nicht, wie oft Sie eine Gelegenheit ausgelassen haben, für Jesus einzutreten. Der Jesus hatte Petrus gewarnt, Wenn sich auch alle über dich ärgern, so werde ich mich doch nicht ärgern. Ich werde mit dir ins Gefängnis und in den Tod gehen. Und Jesus sagte, heute Nacht wirst du mich verraten. Und jetzt, meine lieben Freunde, wir haben uns höher einschätzen, als wir denken. Wissen Sie, liebe Freunde, wenn wir uns höher einschätzen, als wir sollten, das ist eine schlimme Krankheit. Wenn ich mir vorstelle, ich bin der Stärkste in der Welt, das wäre ein Witz. Das wäre ein großer Witz. Aber Aber viele, viele Leute denken, ich weiß schon, wie ich mein Leben führe. Ich weiß dies und das. Diese kindliche Haltung ist nicht mehr da. Jesus wurde gefragt, wer ist doch der Größte im Himmelreich. Und er nahm ein kleines Kind und sagte, dieses Kind ist der Größte im Himmelreich. Die Leute schauen auf den Parkplatz. Oh, der hat ein größeres Auto als ich. Wann kaufe ich mir ein noch größeres Auto? Die Leute wollen sich immer miteinander vergleichen. Sie wollen sagen, ich bin doch ein bisschen besser als der andere. Aber das zu erkennen, wie weit wir an Gottes Herrlichkeit vorbeileben, Was sagt Gott? Alle haben gesündigt und mangelnd der Herrlichkeit Gottes. Ich habe darüber gebetet. Bin ich nicht so kurz gekommen an der Herrlichkeit Gottes? Natürlich. Ich habe den Herrn nicht so verherrlicht, wie ich es sollte. Haben Sie das schon gesagt? Viele von uns leben schon viele Jahre. Und jeden Tag gibt es Gelegenheiten, Gott zu verherrlichen. Ich weiß nicht, ob Sie den Herrn verherrlicht haben. Ob Sie je gesagt haben, Herr, es fehlt mir an deiner Herrlichkeit. Ich sehe, dass der Petrus sehr ähnlich war wie wir. Er hat immer zu viel geredet und zur falschen Zeit geredet. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen eine geheiligte Zunge haben. Haben Sie eine? Wenn Sie eine geheiligte Zunge haben, dann wird Segen kommen aus Ihrem Mund. Aber heute ist das Problem, wir haben kluge Zungen. Wir sind abhängig von unserem Handy. Wie viele Handys haben Sie eins, zwei oder drei? Und man schwätzt und schwätzt und schwätzt. Und was sagt die Bibel? Und was sagt die Bibel? Gott war mit Samuel und ließ keines seiner Worte auf die Erde fallen. Reden Sie prophetische Worte? Worte, die Segen bringen? Worte, die Heilung bringen? Eines Tages rief mich ein Arzt an. Eine Ärztin, sie sagte, Ich bin geröntgt worden und man hat 23 Steine in meinen Nieren gefunden. Und so werde ich mich operieren lassen. Bitte beten Sie für mich. Oh, dieser junge Doktor war ungefähr 1700 Kilometer entfernt. Diese junge Ärztin war über 2000 Kilometer weg von mir. Und natürlich, was weiß ich, kann ich jemanden heilen? Nein. Ich bin nur ein Mensch. Ich habe für sie gebetet. Nach einigen Tagen hat sie mich wieder angerufen. Kurz vor der Operation wollten sie mich noch einmal untersuchen. Und die Steine waren alle verschwunden. Der Herr hat so etwas oft getan. Wenn Sie mit Gott leben, haben Sie Zutritt in die Gegenwart Gottes. Sie reden nicht nutzlose Worte. Ich habe auch immer viel geschwätzt. Viel Blödsinn. Aber als Jesus in mein Leben kam, da kam mein Mund unter die Kontrolle des Heiligen Geistes. Und was hat Jesus gesagt? Für jedes übrige Wort, das Sie sprechen, Sie werden eine Account geben. Ihr werdet Rechenschaft geben für jedes nutzlose Wort, das ihr redet. Ich bin erstaunt über die Menschen. Sie nützen die Privatsphäre in ihrem Haus aus. Sie schlagen eine Frau, sie beschimpfen eine Frau. Dann warnen sie die Frau, sag das niemandem. Wie schlimm. Es scheint, dass der Bund, den man einmal geschlossen hat, keine Bedeutung mehr hat. Herr, ich werde ins Gefängnis und in den Tod gehen. In der gleichen Nacht. Ich kenne den nicht. Mit dem war ich nie zusammen. Meine lieben Freunde, am Heiratstag. Ich werde dich lieben, ehren und hegen. Ich werde dir alle meine Güter anvertrauen. Und was geschah dann? Man hat gestritten wegen dem Geld. Hat seinen Bund gebrochen. Kein Wunder, dass die Welt nicht beeindruckt wird vom Christentum. Das ist so traurig. Wenn Sie Matthäus 16 aufschlagen, er konnte das Kreuz einfach nicht verstehen. Da ist er auch uns sehr ähnlich. Warum? Wir wollen ein Christentum ohne das Kreuz haben. Damit muss ich mich noch extra befassen. Was? Wie kann man das Kreuz aus dem Christentum herausnehmen? Nein, ich will das Kreuz nicht. Ich will eine Krone am Ende meines Lebens. Aber ohne das Kreuz gibt es die Krone nicht. Und yet, you know, folks, that's the way they conduct their Christian life. So führen die Leute ihr Christenleben. Das Kreuz ist begraben. Das Kreuz ist begraben. Nicht Ihre alte Natur. Was haben Sie gemacht? Ich will das Kreuz nicht. Ich will nicht mit Jesus gekreuzigt werden. Ich will mein eigenes Leben ganz verfolgen. Was? Kein Kreuz? Meine lieben Freunde, kein Kreuz, kein Segen. Und Peter konnte das Kreuz nicht verstehen. In Vers 22, Matthäus 16, Vers 22, Peter nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr. Das Kreuz ist nicht für dich. Dieses Leiden, das ist nicht für dich. Was hat Jesus geantwortet? Wissen Sie, meine lieben Freunde, unser Heiland redet die Wahrheit. Ich will die Wahrheit. Einer meiner Prüfer schrieb eine Bemerkung über mein Stipendium. Er wusste, dass ich blöffen wollte. Der Prüfer in der obersten Stufe an der Uni, im obersten Semester, der sagte, keine Tiefe in der Antwort, das ist nur eine ganz oberflächliche Antwort. Ich habe natürlich ihm zugestimmt, das war auch so. Meine lieben Leute, sehen Sie, manche wollen die Wahrheit nicht hören. Sie wollen die Wahrheit zudecken. Aber wenn man zum Herrn geht und sagt, Herr, zeige mir, wo ich stehe, dann zeigt er Ihnen die Wahrheit. Wenn Sie Johannes 18 aufschlagen, da finden Sie den Pilatus vor dem Herrn Jesus. Und was sagt er? Jesus sprach zu ihm, Vers 37, darum bin ich geboren worden und bin in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Wissen Sie, die Leute wollen die Wahrheit nicht hören. Manche der größten Banken und manche der größten Firmen in der Welt heute, sie fälschen die Bilanzen. Sie fälschen die Bilanzen. Sie fälschen die Bilanzen. Also sie fälschen die Bilanzen. Und was kommt dabei heraus? Manche der größten Firmen haben pleite gemacht. Sie wollten die Wahrheit nicht. Die Regierungen wollen die Wahrheit nicht. Wie viele Schulden erlaubt die Europäische Charta? 3%. Wie groß ist das deutsche Defizit jetzt? Viel größer. Fast 5%. Jeder täuscht. Jeder schafft es nicht. Und wo kommt dann das Geld her? Auf was sitzen wir dann? Auf einem großen Vulkan. Und wir sind alle ganz glücklich. Die Bibel sagt, Seid niemand etwas schuldig. Wie wunderbar. Ich sagte, ich werde niemandem etwas schuldig sein. Wenn Gott mir ein bisschen gibt, bin ich zufrieden. Wenn Gott mir Brei gibt, dann bin ich zufrieden. Warum soll ich etwas borgen? Wenn ich mein Leben auf Schulden aufbaue, dann bin ich mein Leben auf Schulden aufbaue. An was bin ich dann interessiert? Ich bin interessiert an Ihrem Geld. Nicht an Ihrer Seele. Ich wäre ein Betrüger. Stellen Sie sich einen Prediger vor, der mehr Interesse hat an Ihrem Geld als an Ihrer Seele. Was ist das für ein Prediger? Ein Dieb und ein Betrüger. Wissen Sie, meine lieben Freunde, ich habe das Gefühl, was wir tun, ist sehr wenig. Nur ganz örtlich begrenzt. Wie kann man die Bibel so begrenzen? Wie kann man die Wahrheit so begrenzen? Wie können Sie sagen, das Gesetz der Schwerkraft wirkt nur in Göttingen? Jeder, der das sagt, wäre verrückt. Das Wort Gottes. Wie viele Millionen haben es nicht? Sie wissen nicht einmal, dass Jesus in die Welt kam für Sünder. Und was sagen wir? Wir haben kein Geld. Jahrelang war ich gegen das Fernsehen. Weil ich gesehen konnte, wie viel Schaden die Hollywood-Filme und diese Sachen angerichtet haben. Diese Shows. Da sagte er, mehr Menschen müssen diese Botschaft hören. Außenstehende. Er schrieb mir. Ich habe diesen Brief nicht beachtet. Ich hatte kein Geld, mit der Fernseharbeit anzufangen. Die war sehr teuer. Meine lieben Menschen. Aber Gott hat mich da nicht in Ruhe gelassen. Heute sprechen wir jede Woche zu Millionen Menschen. Und sie hören zu. Und viele werden angezogen, weil ich nie vom Geld spreche. Ich bitte sie nie um Geld. Und sie sind schockiert. Sie sagen, was? Dieser Mann bittet nie um Geld. Wie kann ich um Geld bitten? Wenn ihre Seelen verloren gehen. Aber wissen Sie, meine Lieben, wenn Jesus sagte, aus diesem Grund bin ich in diese Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll, Pilatus antwortete, Vers 38, spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Viele Christen sagen das heute auch. Was ist die Wahrheit? Ihr eigenes Leben ist voller Lügen. Gebrochene Gelübde. Sie achten die Wahrheit nicht. Sie wollen eine Party haben. Sie wollen eine schöne Unterhaltung. Sie wollen einen angenehmen Club. Am Sonntagmorgen trifft sich der Club. Wie traurig. Die Wahrheit die Wahrheit bleibt auf der Strecke. Ich bin gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Wenn ich mir den Petrus ansehe, ein Mann, der so unbeständig ist, zu viel redet, sein Wort nicht hält, und ich sehe das Wunder, das Jesus in seinem Leben vollbringt, dann sage ich, für uns gibt es Hoffnung. Das hat Jesus getan. Was hat Jesus ihm gesagt? Lukas 22, Vers 32. Der Satan hat begehrt, dich zu sieben. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Wissen Sie, meine lieben Freunde, soll ich Ihnen ein Zeichen echter Bekehrung sagen? Ein einfaches Kennzeichen. Man braucht kein Professor sein, kein Theologe sein. Ein Lebenszeichen. Man will Jesus weitersagen. Wenn man sich echt bekehrt hat, dann beginnst du die nächste, zu lieben und du sagst, weißt du, was bei mir passiert ist? Mein Leben hat sich verändert. Don't you ever say you're a Christian until you begin to communicate the truth? Communicate the truth. Nennen Sie sich nicht Christ, wenn Sie nicht die Wahrheit anderen weitergeben. Ich war erst 15. Ich war ein Sportler. Meine Freunde waren alle sehr gute Sportler. Sie hatten alle möglichen Religionen. Ich musste vor ihnen das Leben zeigen. Ich musste ihnen von Jesus sagen. Wie wunderbar ist es, wenn man mit der Wahrheit erfüllt wird. Die Wahrheit hat eine große Kraft. Die Wahrheit kann man nicht ändern. Die Wahrheit ist zwingend. Die Wahrheit ist unbesiegbar. Und wenn die Wahrheit Jesu sie erfasst, dann braucht man keine großen Konferenzen, um ein bisschen Schaum zu schlagen. Man wird echt. Jesus sagte, Petrus, ich habe für dich gebetet. Wenn du dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Petrus gibt das weiter. An Pfingsten war Petrus ein neuer Mensch. Ihr habt ihn mit bösen Händen an das Kreuz geschlagen. Wo hat sich Petrus versteckt? Wissen Sie, Freunde, manche von Ihnen verstecken sich bis heute zu lange, wo Deutschland am Brennen ist. Sie haben herumgespielt, wo Deutschland schon am Brennen ist, weil es an der Wahrheit fehlt. Sagen Sie mir nicht, dass die Leute kein Interesse haben. Ich habe in Deutschland angefangen zu predigen, als die Leute sich noch frisch an den Krieg erinnern konnten. Das war in den Fünfzigerjahren. Und die Leute haben geweint, als die Wahrheit ihnen gegeben wurde. Die Wahrheit hat sich nicht geändert. Und heute ist die Welt in einem noch schlimmeren Zustand. Eine Tragödie in der Geschichte ist, als die braunen Hemden anfingen, die Juden anzugreifen in den Dreißigerjahren, als Hitler an die Macht kam, da sagte die katholische Kirche, die Juden können für sich selbst sorgen. Und die protestantische Kirche sagte das Gleiche. Keiner hatte den Mut, außer eine Handvoll Leute, gottesfürchtige Leute. Manche von ihnen habe ich getroffen nach dem Krieg. Aber diese Tragödie von einem Volk, ein Volk, wo keiner bereit war, einen festen Standpunkt einzunehmen. Auch der Kanzler, der ging, wusste, was passieren würde. Aber die Wahrheit hat man geopfert. Werden wir heute das Gleiche tun? Werden wir uns fürchten, für die Wahrheit einzutreten? Werden wir die Wahrheit verleugnen? Mag Gott sich über uns erbarmen? Wir wollen beten. Wir wollen Gott sagen. Oh Gott, ich möchte mich zu Jesus halten. Warst du nicht mit im Garten bei ihm? Ja, ich war. Ich war da. Er ist mein kostbarer Herr. Ich kann ihn unmöglich verleugnen. Ihr könnt mir das Leben nehmen, aber ich werde ihn nicht verleugnen. Oh mein Vater, vergib uns. Wir sind zu solchen Schwächlingen geworden. Vergib uns, dass wir die Wahrheit verstecken. Oh, bitte vergib uns, Herr Jesus. Du bist in diese Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und wie der Pilatus sagen, auch wir, was ist schon die Wahrheit? Wir scheinen das für einen Witz zu halten. Was ist die Wahrheit? Vergib uns. Vergib uns. Lass deine Wahrheit uns reinigen. So wie du gebetet hast, heilige sie durch deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Oh mein Vater, erbarm dich über Europa, über die Völker dieser Welt. Wir brauchen diese reinigende Wahrheit. Keine Wahrheit in den Büchern. Keine Wahrheit bei den Banken. Keine Wahrheit bei den höchsten Stellen des Landes. Oh mein Vater, die Wahrheit ist auf der Gosse zu Fall gekommen. Erbarme dich über uns. Vergib uns. Hilf uns, dass wir uns zu Jesus halten. Und dass wir uns zu ihm stellen und das Volk zurückbringen zu Gott. Wir bitten das in Jesu heiligem Namen. Amen.